Was sind eure Lieblingsplätze an Stadion? Auf der Fischmarkt. Weil der mittelalterliche Flair irgendwo da ist. Das ist ja ein ganz wesentlicher Bestandteil von Stadion. Das macht den Charme von Stadion. Sind es Urstader? Ja, Urstader. Richtige Urstader? Beide, ja. Was ist das Schöne an Stadion? Es ist klein, aber trotzdem nicht zu klein. Ich finde ja, dass Stadion ein großes Nachholbedürfnis hat. Für mich hat Stadion überhaupt kein Image mehr. Ich würde wenigstens ein Image haben. Da wurde Stadion in Zusammenhang gebracht mit dem Atomcafé. Also, ich muss sagen, lieber schlechtes Image als werfen Image. Im Moment hat Stadion überhaupt kein Image. Das steht für nichts für mich. Aber was ist die Vision? Was würdest du dir wünschen, was das mehr bringen würde? Also, ich würde mir wünschen, dass Stadion, wie gesagt, für irgendetwas steht. Aber es ist eine Sportstadt, es ist eine Kulturstadt, es ist eine Museumsstadt, es ist eine Hafenstadt. Ich weiß es nicht. Einerseits, sag ich mal, um insgesamt Stadion attraktiver zu machen. Für mich persönlich würde ich mir einfach wünschen, dass es mehr Lokalitäten gibt, wo man sich trifft. Ich wünsche mir einfach, dass das klappt, dass da viele Leute kommen oder dass ich Leute erwische, die sich beteiligt fühlen, dass jeder ein Stück Geschichte schreibt. Also, dass es nicht von Ohren, dass es nicht nur eine Bundesregierung macht oder eine Stadtdirektor, ein Bürgermeister, sondern dass man selber sich einbringen kann. Greekzo externallyなんだ. Dr. Alš Dolf Adam Braun www.bog memories.com Matthias Stadion